Es ist ehrlich, aber unschuldig. Ein bisschen durchgedreht. Ich hab' die Blumenfreude schon angenommen. Aber das ist doch jetzt wirklich nicht wahr. Es gibt medizinisch keine Begründung für das Vorgefallen. Woll ich den Unschuldigen spielen? Die Letzigkeit macht zum ersten Mal Ferien. Im stillen Ozean. Warum wirst du eigentlich der einzige Leser der Dissertation kennen? Ich bin nicht zur Eiffel! Nein! Doch! Nee, kapier ich nicht. Aber dann! Aber dann! Unvorstellbare Energien wurden freigesetzt und eine Technik ermöglicht. Die jeder Fantasie spottet, falls meine Untersuchung in die Hände der Menschen fehlt. Bin ich eigentlich verrückt? Nein! Wir! Tolles Ding!